Ohne S. 21, ja? Ohne S. Alleine 1, aber 21, 31, ja? Ohne, das ist 1 Uhr, ich schreibe mal 1 Uhr, 40 Minuten, ja? Sagt man so, 1 Uhr. Aber wenn Sie sagen, wie spät ist es, das ist 1, ich schreibe mal, wie spät ist es? What time is it? Sie können sagen, 1 Uhr ohne S, ja? Sie können sagen 1, ja? 1 Uhr oder 1. Wenn Sie alleine sagen mit S, wenn Sie mit irgendwas danach sagen, ohne S, okay? Dann 21, okay? Das ist 1, das ist 2, nur lesen Sie, ja? 3 und 30. Sehr gut, 3. 7 und 40. Gut, okay, 4. 4, 5 und 50. Genau, 5. 80. 80, sehr gut, 6. 9 und 90. Dankeschön, das ist alles richtig. Wer ist unsere Frau? Bein sie pace. Es geht jetzt keingluster. Och noche få jetzt laboralion. boss ihr Dazu zu Amerige.